Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Neuer Look mit einer Küche oder einem Bad aus Mineralwerkstoff verpassen Sie Ihrer Einrichtung einen modernen Touch. Exklusiver Einblick in der Rubrik Immobilienträume stellen wir Ihnen außergewöhnliche und extravagante Eigenheime vor. Und Ausblick in die Zukunft vernetzt getimt digital. So sieht die Küche der Zukunft aus. Willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mineralwerkstoff gibt es schon lange. Doch erst in den letzten Jahren hat dieses Material verstärkt Einzug in den Wohn- und Objektbereich gehalten. Seine Oberfläche samtig und extrem unempfindlich. Sein Design von rustikal bis ultramodern. Auf die richtige Temperatur gebracht, lassen sich aus Mineralwerkstoff moderne Wohnungseinrichtungen gestalten. Mineralwerkstoff setzt sich aus Acryl, Aluminium, Hydroxid und Farbpigmenten zusammen und wird ähnlich wie Holz verarbeitet. Der Unterschied durch das Erhitzen des Materials ist Mineralwerkstoff flexibler als Holz und im Aufwand geringer. Durch den Acrylanteil können wir das thermisch verformen, sprich wir können Formteile machen, wo wir nicht aufwendig durch Mehrschichtverleimungen machen müssen. Also bieten das sehr viele Vorteile. Und man kann einen schönen Schliff drauf machen, gerade bei weißen Blatten. Das ist ganz homogen verklebt, flächenbündig verkleben, verschleifen und so kriegt man eine ganz homogene Fläche hin. Und die wirkt durch die abgerundeten Kanten modern und stylisch. Wer trotzdem nicht auf Holz verzichten will, Mineralwerkstoff lässt sich einfach mit anderen Materialien kombinieren. Außerdem gibt es mehr als 100 verschiedene Farben und Strukturen. So eine Küche muss exakt geplant sein. In der Kombination mit Holz, am besten direkt vom Schreiner. Aber auch Architekten haben die Vorteile von Mineralwerkstoff erkannt. Diese Küche gehört Corinna Hoffmann. Die Architektin hat das Design selbst entworfen und geplant. Umgesetzt hat es Michael Bucher. Clean und außergewöhnlich, so der Anspruch von Corinna Hoffmann. Weil es ein unempfindliches Material ist und weil es vor allem hier in der Umsetzung auf die Optik auch drauf angekommen ist. Wir wollten ein einheitliches Bild erreichen. Das schien uns mit diesem Material einfach am geeignetsten. Gästebad, Garderobe, Durchgang zur Speisekammer und Küche sind hier ein großes Element. Besonders eignet sich Mineralwerkstoff für Küche und Bad, aber auch für die Gastronomie oder Büroräume. Denn das Material ist unempfindlich und pflegeleicht. Es ist hoch wasserbeständig, also steht Wasser drauf oder so, passiert gar nichts. Die Fugen haben wir alle verklebt, sodass kein Wasser eindringen kann. Nur der einzigste Nachteil von dem Material, das ist natürlich nicht hitzebeständig, also hoch hitzebeständig. Bis 100 Grad ist alles okay. Wenn man einen heißen Topf drauf stellt, eine heiße Brabpfanne mit 300 Grad, dann bricht das Material zusammen. Sprich das Acryl, da ist ja ein bisschen Kunststoff mit drin und das bricht dann. Schäden können allerdings leicht repariert werden. Die kaputte Stelle wird ausgefräst, ein neues Teil eingesetzt und verklebt. Sichtbar ist das nachher nicht mehr. Die besondere Optik bleibt bei Mineralwerkstoff also lange erhalten. Stellen Sie sich vor, Sie kommen von der Arbeit nach Hause und das Essen ist schon fertig. Nein, nicht weil Ihr Partner schon zu Hause ist und gekocht hat, sondern weil Sie aus dem Büro den Backofen angeschaltet haben. Die Küche der Zukunft, was diese alles kann, sehen Sie gleich bei uns. Bleiben Sie dran. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Planer Küchenland. Machen Freude? Erleben Sie pure Leidenschaft in Ravensburg. Janstraße 48. Planer Küchenland. Funktioniert nicht immer. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Ist es nicht schön, dass unser Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird? Es ist nicht schön zu wissen, dass man das Richtige tut? Willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Bauen und Wohnen. Seinen schönen Namen, Ob Verena, verdankte Ort Hausen Ob Verena im Landkreis Tuttling, der sage nach einer katholischen Christin mit dem Namen Verena, die Heilwasser an Kranke verkaufte. Heilwasser gibt es dort heute nicht mehr, dafür wunderschöne Immobilien. Eine ganz besondere Villa zeigen wir Ihnen heute in den Bauen und Wohnen Immobilienträumen. Die Bauen und Wohnen Immobilienträume werden Ihnen präsentiert von Engel und Völkers. Desto kleiner der Wohnort, desto größer und großzügiger sind oftmals die Wohnmöglichkeiten. In der 750-Einwohner-Gemeinde Hausen Ob Verena findet man diese Villa auf knapp 2000 Quadratmetern Grundstücksfläche. Hausen Ob Verena ist bekannt für seine hohe Wohnqualität und sein moderates Angebot an Arbeitsplätzen. Wer sich hier niederlässt, kann Ruhe und Abgeschiedenheit genießen, muss auf die Annehmlichkeiten einer Großstadt aber nicht verzichten. Wir befinden uns jetzt hier in Hausen Ob Verena. Ob Verena heißt oberhalb der Verenamühle, sind sehr nah bei Speichingen, also die nächstliegende größere Infrastruktur. Wir haben es nicht weit nach Tuttlingen, Viertelstunde, in der Smekka der Medizintechnik. Andere Großstädte wie Stuttgart sind in 50 Minuten zu erreichen. Wir haben Villing-Schwenning in 20 Minuten. Also irgendwo zentral, aber doch sehr ruhig und zurückgezogen. Immer mehr Menschen suchen genau diese Verbindung. Und wer sich das Leben in ländlicher Region vorstellen kann, für den darf es dann auch ein besonderes Eigenheim sein. Erbaut über die Jahre 1993 und 1994 ist diese Villa das ideale Zuhause für Familien oder ältere Paare mit großer Familie, da die Immobilie viel Platz bietet. Drei Schlaf- sowie drei Badezimmer, Whirlpool-Wohn- und Essbereich, Hobbyraum, Gästezimmer sowie Balkon und Terrasse verlangen ja auch, genutzt zu werden. Das Grundstück hat 1915 Quadratmeter circa. Ist sehr schön eingewachsen, wie wir sehen können. Also in dem Sinne auch eigentlich gar nicht einsehbar. Sehr groß, hat natürlich ein bisschen Arbeit, aber wer sowas sucht, nimmt das dann auch in Kauf, gerne. Und wen die Gegebenheiten der Immobilie überzeugen, der lässt sich auch auf das Abenteuer ein, ländlich zu wohnen. Bleibt nur noch der Preis. 690.000 Euro kostet die Villa in Hausen-Opverena. Darin inbegriffen ein unbezahlbarer Weitblick. Die Bauen und Wohnen-Immobilienträume wurden Ihnen präsentiert von Engel und Völkers. Etwa 180 Milliarden Apps wurden bislang 2015 heruntergeladen, die Tendenz steigend. Mobile Apps sollen unser Leben einfacher machen. Egal ob beim Tanken, beim Sport, beim Einkaufen oder beim Reisen und jetzt auch im Haushalt. Die Küche der Zukunft ist digital und vernetzt und soll uns Zeit und Geld sparen. Lange war die Küche eine der letzten analogen Bastionen. Wahr, mehr und mehr trifft Digitalisierung auch auf Kochen und Co. Die Küche der Zukunft besteht allerdings nicht einfach aus moderneren Küchengeräten, sondern wird als vernetzte Welt verstanden, mit welcher der Nutzer Zeit und Geld sparen soll. Alles, was dazu nötig ist, eine gute Vorbereitung. Denn das Brot in den Backofen schieben oder die Spülmaschine einräumen, das kann auch eine intelligente Küche der Zukunft noch nicht. Trotzdem ergeben sich dank Tablet, Smartphone und der richtigen App ganz neue Möglichkeiten im Alltag. Von der App gesteuert wird die Haupttechnik der Programme. Natürlich ist der Mensch der, der es angibt, wo wirklich der Weg lang geht. Wo ich sage, okay, was für Programme nutze ich? Nutze ich die kompletten Programme, was das Programm hergibt? Oder nehme ich bloß ein Teil, wie zum Beispiel wirklich nur backen oder spülen oder meinetwegen kochen? Oder nehme ich nachher wirklich alle Rezepte, alle aus dem App-Bereich raus und kann mir alles erlesen, wie viele Programme brauche ich, was muss ich einkaufen und nutze ich es im vollen Umfeld? Von unterwegs programmieren und kontrollieren ist in jedem Fall kein Problem mehr. Ich kann Programme einstellen, was für Backofen-Möglichkeiten nutze ich? Nutze ich eine Ober- und Unterhitze? Wie lange soll mein Programm laufen? Ich kann von Weitem alles steuern, alle Möglichkeiten finden, über eine App-Steuerung, über eine Push-Benachrichtigung zu erhalten, dass mein Geschirrspüler läuft. Wie lange läuft er noch? Immer mehr Leute führen auch keinen klassischen Kalender, sondern einen persönlichen digitalen Assistenten. Die Art, in der wir Menschen unser Leben organisieren, ist digital, angefangen bei Banalitäten wie dem Abrufen von E-Mails. Dieser Lebensstil ist auch dem immer größer werdenden Angebot des Marktes geschuldet, wie jetzt eben auch im Bereich der Küche. Geräte heutzutage, gerade Geschirrspüler, ist standardmäßig mit dem Aquastop versehen, ist daher komplett abgesichert, versicherungstechnisch. Und ja, jedermanns Sache wird es nie sein, dass man sagt von Geräten, ich steuere die von Ferne. Und manch einer sagt einfach, ruhiges Gewissen habe ich da nicht, wenn jetzt mein Geschirrspüler läuft. Die nehmen dann eventuell nur eine Backofen-Funktion. Eine komplette Automatisierung gibt es, wie gesagt, noch nicht. Der Koch der Zukunft wird auch weiterhin selbst schneiden, rühren und kneten müssen. Noch. Liebe Zuschauer, das war es für diese Woche auch wieder bei Bauen und Wohnen. Wir sehen uns kommende Woche wieder. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.